Guten Tag, mein Name ist Michael Skowski von der Firma Insiders Technologies aus Kaiserslautern. Unsere Firma ist darauf spezialisiert, für das intelligente Input-Management. Sprich, wir kommen daher, was das Thema Klassifikation und Extraktion angeht, sind damals herausgelöst worden aus dem DFKI, Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, und arbeiten auch mit dem Fraunhofer-Institut zusammen. Ja, wir haben weltweit 650 Kunden, Produktivinstallationen. Unser Entwicklerteam wächst auch mehr und mehr, sind auch international tätig. Und ja, ich würde mich freuen, wenn Sie mehr über Insiders erfahren möchten. Können Sie sich direkt auf unserer Homepage www.insiders-technologies.de einfach nochmal anschauen und direkt Kontakt mit uns aufhören.